Fakten zum Beluga-Wale Willkommen in der Welt der Beluga-Wale, den weißen Riesen der Arktis. Sie sind berühmt für ihre einzigartige Farbe und freundliche Natur. Beluga-Wale sind bekannt als die Meereskanarienvögel wegen ihrer vielfältigen Gesänge. Sie kommunizieren durch komplexe Vokalisierung. Diese Wale haben eine ausgeprägte Stirn, die Melone genannt wird. Sie hilft ihnen bei der Echo-Ortung unter Wasser. Belugas sind soziale Tiere, sie leben in Gruppen, die als Schoten bezeichnet werden. Sie lieben es, zusammen zu spielen und zu jagen. Schließlich, Beluga-Wale sind bedroht. Lassen sie uns zusammenarbeiten, um ihren Lebensraum zu schützen und sie für die kommenden Generationen zu erhalten.